Tüdelü und Mahlzeit, liebe Rennsportfreunde. Ich bin's wieder, euer Proxy und die überspringt da mal schnell. Ja, geh mir nicht weiter auf den Sack. Auf geht's! Eine neue Saison beginnt. Eigentlich hätte heute am 1. Dezember mein Assassin's Creed Let's Play anfangen sollen, doch hat mir meine Post einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielen Dank, dafür gefällt mir nicht. Ähm, also geht's halt weiter mit Quillt. Ist ja auch nicht so verkehrt. Und wir gucken jetzt mal, wo wir... Ne, da fahren wir bestimmt, wollen wir hier fahren. Oh, das sieht alles so verdammt arg schwer aus. Deswegen setzen wir uns jetzt einfach mal hier rein. Hm, 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 ja, komm. Versuchen wir's mal. Wenn du am Rennen teilnehmen möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Ui, 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 ui. Gucken wir, dass wir Quillt haben? Oder gucken wir nur auf... Wir gucken hier mit Quillt, weil... Jo, hauen wir mal eben hier das Geld aus dem Fenster, was soll's. Ähm, ja, also eigentlich solltet ihr heute mein Assassin's Creed Let's Play anfangen, aber das wird nix, weil die Post meint, mein Spiel zu vertüddeln. Das heißt, ich muss bis morgen warten. Sprich, bis heute, wenn ihr das Spiel seht. Und dann werde ich hoffentlich schon ein Part eingespielt haben. Denn ich freue mich richtig auf das Spiel. Und, naja, mal gucken, wie das Ganze so wird. Oh, okay, den Start sowas von verpennt. Aber, naja. Das soll uns nicht weiter hindern. Oh, also bremsen tun die Autos sowas von gar nicht. Und erstmal hier einen schönen Ausflug gemacht. So muss das sein. Ich denke, einer der Fahrer ist in Schleuder geraten. Aber die Gegner kommen auch nicht besser voran. Ähm, morgen, sprich am 2. Dezember, kommt aber auch mein Skyrim an. Oh, unser Teamkollege ist erst, dass ich gerade... Also könnt ihr entscheiden. Ich meine, ich werde sowieso auf jeden Fall das Assassin's Creed Let's Play machen. Nö, ich spiel Skyrim alleine. So habt ihr jetzt davon. Und hör ja auf zu ruckeln hier. Sonst kriegst du nur Kopfnuss, Mann. Hast nichts zu ruckeln, ey. Okay, im Moment bin ich auf Platz 2. Ich wollte gerade sagen, du warst gerade Erster. Was geht nach? Ist die Strecke irgendwie verändert worden? Oder ist sie gerade nur... ...sehr viel länger. Die ist verändert worden, ne? Die ist wirklich verändert worden. Alter, was geht denn hier ab? Also wenn jetzt hier einer crasht, der macht sofort 10.000 Seitens. Das kann ich euch verraten, mindestens. Aua, aua, ha. Aua, aua, ha. Ah, Proxy? Okay. Das haben wir halbwegs gut hingekriegt. Zack, haben wir wieder 2 kassiert. Sind nun auf Platz 10. Super, ich bin der Führende. Ja, kriegst du geht's. Guck mal die Innenansicht an und sehen sofort... Ne, das ist nichts für mich. Also geht's jetzt so weiter. Oh, wir können hier wieder einiges am Plätzen gut machen. Aaaaaah. So, ein Schweinepriester. So, da leh. Und es geht direkt weiter. Boah, ist das schnell, ey. Heide, witz geil. Hoah, so, geh auf die Strecke. So, sind schon mal auf Platz 6. Ist gar nicht mal so verkehrt. Gut, genau im Windschatten. Ja, und da will ich jetzt auch bleiben. Obwohl, jetzt kommt ja wieder unsere... Ja, der Abschnitt, den wir überhaupt nicht können, beziehungsweise ich überhaupt nicht kann. Nein, ich hätte bremsen müssen. Ah, verdammt. Proxy, proxy, proxy. Ich hasse diese Strecke. Warum bin ich die Meisterschaft überhaupt gefahren? So, dalle, ey. Oh, guckt's euch doch an, ey. Obwohl ich mehr Quip hab, wie die Gegner, können die so rumheizen. Das ist einfach nur... Haaaah, unfair. Und wir haben alle unsere Rückblenden verbraucht, weil die Gegner erfahren, wie sie wollen, ey. Das ist eine Frechheit. So, jetzt haben wir es hier mal halbwegs gut geschafft. Und jetzt kommt hier die nächste Schwierigkeit. Vor allen Dingen, wenn die Gegner hier ein wenig... Alarmen. Oh, das hätten wir sehr viel schneller machen können, aber da war uns ein Gegner im Weg. Aber naja, was soll's. So, dann hauen wir hier mal wieder kräftig in die Tasten und hoffen, dass wir das... Oh, also Grip ist hier überhaupt nicht gegeben mit dem Auto, obwohl... der eigentlich mehr Punkte bei Grip hat. Naja. Zack. So. Also ich wär mit dem Platz schon zufrieden, aber leider... hat die Meisterschaft noch einige Runden. Ja, die Meisterschaft, sag ich schon, das Rennen. Ui, ui. Naja. Schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Hier auf der Zielgeraden, da können wir uns... Wow. Ui, 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 ui. Das war richtig, richtig knapp. Können wir uns eventuell auf Platz einschieben. Und zack. Machen wir das Ganze sogar sensationell das erste Mal in dieser Meisterschaft. Und wehe, du fährst mir jetzt in die Seite, Alter. Ich kick dich außen neben, Kollege Eisenhower. Meine Fresse. Boah, das ist mir viel zu schnell. Der Teamkollege hält den Rücken frei. So. Ist das ein... Zack. Schön, als wenn den Schatten vorbeigehauen. So muss das sein. Und jetzt wird erstmal unser Teamkollege wieder überholt. Weiter so. Du führst das Feld an. Also wären hier nicht immer kurz vor Schluss die doofen Kurven, dann wäre das sogar meine... Meine... Ja. Ah, jetzt mach du hin. Das wäre sogar eine meiner Lieblingsstrecken. Also die im Japan ist ja sowieso meine Lieblingsstrecke, die Hochgeschwindigkeitsrennstrecke. Aber... Ah, du alte Drecksnudel, ey. Das hat mich jetzt sowas von aus dem Konzept geworfen. Und wir haben auch keine Rückblenden mehr, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, im Moment bin ich auf Platz 2. Boah, da hört sich immer so deprimiert an. So, dann können wir jetzt mal gucken. Vielleicht schaffen wir das jetzt hier mit Fullspeed. Hier durchzuhauen. Na, äh, nicht ganz, aber auf jeden Fall schneller wie vorher. So. Guckt euch das an. Zwei Runden und schon fünf Minuten rum. Oh, zack. Oh, so, dalle. Wow! Ma! Da guckst du einmal auf die Position und auf die, ähm, Rundenzahle und dann sowas. Und dann vertüttelt man sich hier nur noch. Ey, Proxy, konzentrier dich. So, dalle. Und jetzt hängen wir uns hier wieder hinten ran und können gleich auf jeden Fall wieder Plätze gut machen. Weil wir haben eigentlich das schnellere Auto. Weil viele haben hier, glaube ich, den Nissan war das, oder? Und wir haben den Mazda, ja. So, dalle, jetzt zieh, Junge! Aua, aua, ha! Aua, aua, ha! Oh! Boah, das war knapp. Komm, jetzt reiß dich zusammen hier, Junge. Drück mal ein bisschen aufs Gas. Mensch, Mensch, Mensch. NOS Sport führt das Rennen an. Nein, Game for Fun. Oder Gaming for Fun? Gaming for Fun. So, okay. Wir holen hier auf jeden Fall wieder sehr stark auf. Und haben hier, ja, einige Plätze gut gemacht. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie viele genau, aber es waren auf jeden Fall einige. Drei, vier waren das? Ich weiß es nicht. Zack, und jetzt setzen wir uns hier wieder nicht in den Windschatten, sondern bleiben lieber außen vor. Denn wer weiß, was hier gleich in dieser Kurve passieren wird. Aua! Angriff! Habt ihr das gesehen? Das kann ja auch nicht sein, also... Das war irgendwie ein Versuch, mich hier aus dem Rennen zu kicken, eh. Ich meine, ich glaube, ich war das sogar selber, aber... Ähm... Sieht auf jeden Fall krass aus, wenn sie in Tai auf einmal angeflogen kommen. So, zack. Ah. Komm schon, Proxy. Mach keinen Fehler jetzt. So schnell bist du hier noch nie um die Kurve. Also, ich will nicht mehr mit den Audi Le Mans fahren, sondern... Hier mit diesem Mazda, weil da lässt sich irgendwie sehr viel besser manövrieren. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier nicht besser rumkommen jetzt. Ah, nee, das war doof. Jetzt, zack. Jawoll, ey. Sauber, Proxy. So, und jetzt... Ja, kämpfen wir uns im Podiumsplatz. Ja, aber nicht mit so einer Leistung hier. Okay, das war ungezogen. So was macht man nicht. So. Aua, aua, ha. Aua, aua, ha. So, und jetzt geht es darum, auf dieser Geraden je erster zu werden. Und dann müssen wir nur noch verteidigen. Nuri, du hältst den Kasten hier sauber. Ich verlasse mich auf dich. Ich ziehe den mal davon und stelle schon mal den Kaffee warm. Komm schon, Nuri, zieh mit. Ich setze mich vor dich und dann kannst du vielleicht so als Katapult... Dein Teamkollege fährt direkt hinter dir. Jawohl, das klappt doch ganz super. Wir ziehen... ...hundertste für hundertste davon. Das sehe ich da unten auf dem Radar. Das könnt ihr vielleicht auch... ...leicht verfolgen. Und jetzt müssen wir aber aufpassen. Denn wenn wir jetzt rausfliegen... ...wäre das ein wenig... ...ark doof. Eieiei, genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber zweiter bin ich auch schon sehr, sehr zufrieden. Weil so schnelle Autos, das ist eigentlich nichts für mich. Aber mal schauen, wie das Ganze jetzt hier nur verläuft. Wir sind wieder dran. Dein Wagen ist etwas verbeult. Das ist aber noch halb so schlimm. So, fahren hier von außen... ...nach innen, wie es eigentlich sein sollte. Oh, der Dritte... Ich glaube, wir wären nur Dritter, weil... ...ja... ...der ist zu dicht dran. Und jetzt kommen die Kurven, die ich überhaupt nicht leiden kann. Und wir waren zu weit... ...außen gewesen. Das war nicht so dolle. Okay, Proxy fährt einfach mal... ...übers Gras. Oh, ja, ja, nein, 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 nein! Oh. So. Okay, Podiumsplatz müsste ich jetzt verteidigen können. Es sei denn... ...ich mach jetzt einen ewig krassen Fehler. Wovor ich tierisch Angst hab. Aber... ...gemonen, gewonnen, gewonnen, gewonnen! Kicks and Kicks! Das ist mein Platz auf dem Sieger-Podest, da ist nicht schlecht. Und das war sogar noch mal die schnellste Rennrunde von mir. Ah, seht ihr? Der NOSPOR... ...oder das NOSPOR-Team, das hat auch Mazda. Und alle Mazda... ...wann tatsächlich... ...auf dem... ...vorderen Plätzen. Seht ihr das? Ne, Schande über euch. Eclipse und... ...und Yamada Speed. Seid eine Schande für dieses Auto. ...schnell ein Wässerchen zu mir nehmen. Denn jetzt geht's... ...ohch schon direkt wieder auf... ...die... ...Piste. Okay, lassen wir das. Und, äh... ...weil es nicht direkt auf die Piste geht... ...sondern die uns... ...ja... ...nuch ein bisschen Zeit geben... ...setzen wir uns einfach mal... ...in die Testpakt-Schnurne. Und ich wünsche... ...uns viel Spaß dabei. Ja, los geht's. Ihr habt's gesehen, wir sind... ...schon bei 10 Siegen. 13 brauchen wir insgesamt... ...um auf Wrang einzukommen. Ja. Let's get ready to rumble, würde ich mal sagen, ne? Also, anschneiden, wer es noch nicht ist. Packt euer Popcorn, euer Brot... ...euer, was weiß ich... ...Nudel-Auflauf. Euer Getränk. Und genießt die Show. Denn jetzt wird's auf jeden Fall actionreich. Und ich muss erstmal immer klarkommen... ...nach so Feintuning-Autos... ...hier in so eine klobige Kiste zu steigen. Okay. Dann wollen wir mal die Spiele beginnen lassen jetzt hier. Proxy hat sich warm gefahren. Und dann wollen wir mal die ersten aus dem Rennen kegeln. Zack. Wollen wir Nuri? Ne, Nuri, hauen wir nicht raus. Nuri ist cool. Der gefällt mir. Habt ihr gesehen? Hat einer eine grüne Flagge geschwungen? Das hab ich dann noch nie gesehen. Zack. Boah. Der ist sogar meinen hier gefürchteten Heckantrieb ausgewichen. In dieser Meisterschaft. Haben ja schon viele zu spielen bekommen. Sogar Ravenvest. War das im letzten Rennen? Hier, wo Ravenvest dabei war. Da hab ich den doch auch... ...den Nathan hab ich doch rausgekegelt damit. Leider ist das nicht so actionreich. Aber es kann ja gleich noch hier spannend werden. Spätestens auf der Schwungschwanze. Ich hoffe es. Denn das ist immer sowas von lustig. Jawoll, da haben wir den ersten die Reifen geklaut. Und abgeschossen. Das war Nummer eins. Nuri zieht einsam seine Kreise hinter uns. Wir ziehen einsam unsere Kreise. Also was soll's. Und da kommt vielleicht der nächste. Und... Ah. Den haben wir nur gestriffen. Habt ihr das gehört? Das Klee. Sprich, den Seitenspiegel haben wir denen abgefallen. Weil der auch hinten am Henk liegt. Henk Proxy, ist klar. Und... Zack. Den nächsten haben wir rausgekegelt. Jawollski. Und jetzt... ...wär ich noch dankbar. Oh, der hört ja gar nicht mehr auf. Und wir fahren einfach mal durch den Gegner durch. Warum auch nicht? Wir können's halt... Wir sind ja gefürchtete... Ähm... Demolution Man. Deswegen können wir das einfach... Zack. Aua, aua, ha. Genau. Stell dich mal quer. Warum auch nicht? Zack. Da war unser Heck. Aber... Leider nicht mit so viel Durchschlagskraft. Aua, aua, ha. Was mach ich denn? Was mach ich denn hier? Ah. Jetzt legen sie aber los. Alter, der fährt sogar weiter. Boah. Da hätte uns Nuri fast gekippt. Aber... Jetzt müssen wir hier mal eben mit... ...demolierten... ...demolierten... ...Kühler... ...gut ins Ziel kommen. Also Platz... Nein, 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 nein. Platz vier will ich mindestens, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Oder gibt's hier Tote? Nein. Ah, komm schon, komm schon. Und... Ah, wir sind sogar Dritter geworden. Jawohl. Das war doch nochmal spannend und Action-Pool. So wie es sein soll für die Demolution-Series. Oh ja, wir haben wieder mächtig gekegelt. So muss das sein, wenn ich hier unterwegs bin. Bei mir bleibt... ...keine Werkstatt unbelegt. Für mich geht's jetzt gleich zur Arbeit nach diesem Part. Und ja. Werde ich heute Nacht hochladen, müsstet ihr sehen. Hier gibt's keinen Schönheitspreis. Vor diesem Part müsstet ihr nochmal einen anderen zu sehen bekommen, wo es der zweite Teil gibt. Ähm, mit der Schlacht gegen Raven West. Die habe ich ja leider sang- und klanglos verloren, aber gegen die Leute ist kein Wässerchen getrübt, ey. Das ist... ...unmöglich. Die fangen ja schon mal an ohne mich. Aber ich mach natürlich mit und... Ach. Vertüddel mich hier erstmal. Und naja. Oh, jetzt mach doch mal... Platz, ihr seid so ein blöder Sackkopf. Boah. Schade. Ich hab gedacht, können wir den ersten wenigstens direkt abschießen, aber naja. Jetzt müssen wir uns hier erstmal zusammenreißen. Nein. So, das hat alles zu meinem Plan gehört. Und jetzt wollen wir hier mal loslegen. So. Platz Nummer 11. Richtig, richtig knapp. Können wir hier einen rauskegeln. Ich weiß nicht, ob der rausgeflogen ist oder ob er sich gedreht hat. Na, der fährt noch, wenn er Platz macht. Und. Ach, wieder nichts. So, jetzt hab ich aufstoßen. Und jawohl, da fliegen sie rum. Nuri war mit... ...in den Crash involviert. Aber jetzt... ...machst du einmal Platz. Danke. Und für mich geht's direkt weiter. So, Daniel. Also... ...Nuri war ja erst. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... ...vorhin ins Ziel kommen. Also war das nicht geplant. Dass wir den jetzt raushauen. Nein, 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 nein. Jo. Ah, genau, ey. Du Lutschsau, ey. Und, nehmen wir den nächsten direkt mit. Nein. Also, fünfter. Und wenn Nuri immer noch hinter uns ist, dann ist das alles... ...geritzt. Ah, Nuri ist der Sechster. Okay, jetzt sind wir's. Sehr schön. Aber wir müssen... ...zwei Plätze Unterschied haben. Weil wir waren ja nur Dritter. Wir ändern uns. Und... ...nimm einen mit. Ah. Die Drecksau. Ah, da kommt Nuri schon. Komm schon, Mutma, Mutma. So, und... Ah, das war knapp. Da war mein Heck, hab das gesehen. Und direkt hat er sich wieder gedreht, nachdem er sich erholt hat. So muss das sein. Ich glaub, ich mal mir so eine Zierscheibe da rauf. Und jedes Mal... ...psch. So, wir haben zwei Plätze Unterschied. Das ist schon mal ausgezeichnet. Ah, den wollte ich so weghauen, ey. Ah. Wow. Der hat einen Abflug gemacht, der junge Mann. Komm schon. Einmal die Räder durchdrehen lassen und... ...zack, die Bohne. Oh, nur Rang 4. Das ist eine schwache Meisterschaft. Aber das Coole ist... Na, ich weiß... Scheiße, ich weiß nicht, was weiter geworden ist. Ja, verdammt. Proxy, gib Gas. Wir dürfen uns jetzt hier nicht aufhalten lassen von irgendjemandem oder irgendwas. Ansonsten wäre das ziemlich doof. Also, in der Kurve ist es ziemlich für Schott. So, wir müssen jetzt hier einfach mal rum. Jawoll. So leicht geht's. Wir sind Zweiter. Sauer. Oh, 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 oh. Boah, das war Nuri. Oh, oh, oh. Kann man noch Erster? Kann man noch Erster? Komm schon. Komm schon. Ah. Aber wir haben die... Haben wir die Meisterschaft? Boah. Jagt mir doch nicht so einen Schreck ein. Boah, ist das spannend. Moment. Ich weiß nicht, aber... Zweiter war. Doch, da war vorher nämlich Zweiter, aber jetzt... Ist er Erster und Zweiter? Hä? Ach, keine Ahnung, wo der Typ war. Ist mir auch glatte. Hauptsache, wir haben wieder die Meisterschaft gewonnen, ey. Und das gibt wieder ordentlich Schotter für uns. Und das war es denn auch schon wieder von mir. Für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gefallen, ja, ja, genau. Ähm. Und ich gehe jetzt... Die Arbeit unsicher machen. Halt die Klappe! Ja. Jo, danke. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Habt einen schönen Abend. Tschuhu's.